Hallo und willkommen zurück zu Mass Effect 2. In der letzten Folge hatten wir noch mal ein bisschen was auf der, auf der, auf Omega erledigt. Und heute, Leute, in dieser Folge werden wir uns um die N7-Missionen kümmern. Je nachdem wie lange das dauert, machen wir beide, aber ich denke mal werden wahrscheinlich pro Mission mindestens eine Folge. Fangen wir mal an mit dem Schmuggler-Lage, also die Belohnung, die wir von Aria bekommen haben. Ich habe hier das System vergessen, aber müsste die auf der Karte zu sehen sein. Gefangene Schmuggler-Ware. Schmuggler-Ware? Wo ist denn der Agent? Ach, das ist auch noch gar nicht freigestellt, freigesetzt, freigesetzt, freigespielt. Das System, wo der Dings ist, der Agent. So können wir bloß die eine N7-Mission machen. Lafaria. So, fliegen wir zum System und dann werde ich gleich mal das System nachscannen. Oh, komm schon. Okay, wie wir da sind, wieder. Und aufzu der Rata. Scannen wir mal erstmal noch. Element Zero. Sonde unterwegs. Nice, nice. Aber nochmal Element Zero. Sonde unterwegs. Wahnsinn. Sonde gestartet. Komm, eine Sonde haben wir noch. Oh. Komm, mit dem Element Zero haben wir. Oh. Das ist ja wurscht. So, ähm, landen. Schauen wir mal, ob wir das gepackt kriegen. Ach, wir haben nicht hier der Dings wechseln sollen. Raketen oder so. Oder was. Ähm. Wurscht. Wurscht. Ähm. Jo. Kasu, 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 ähm. Schattenschlag, okay. Legion und ich habe auch nichts. Nein, passt. Obwohl, wir können jetzt auswählen. Ah. 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 Da bin ich mal gespannt. Gab's nicht wirklich Deckung, glaube ich. Bin ich da. Hallo. Drei Stück. Nur Munition, klasse. Von Schilden geschützt. Fehlverfolgung. Feilen. Zielkontakt. Büt. 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 Ach. Ja, bitte bedrohung, Sanne. So, und jetzt aber... Boah, jetzt kann ich... Bütter. Oh, ich glaube jetzt schon mal nicht. Fehlabend. Das war's für heute. Oh, der ist ziemlich tot, entweder. Bereit. Unterbeschuss. Eckenfeindliches System. Zielverfolgung. Explosion in Kürze. Unterbeschuss. Erbitte die Drohungsanalyse. Eien nach. Eien nach. Schwere Schild. Eien. 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 Online. Komm hier runter 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 runter. Ah shit. Wie soll man das schaffen? Ecken hat auch irgendwie nicht geklappt. Hm. Wenn ich Munition hätte für die Waffe eh. So'n Scheiß. Hm. Probieren wir es mal so. Eien haben wir noch gar nicht geskillt. So. So. Okay. Passt. Oh halt. Ah zurück. Fuck. Fuck. Jetzt habe ich eine Überlastung geskillt mit Kürze. Ah. Hallo? Sie haben uns geschehen. Oh. Prenden wir eine Turner. Prenden wir. Oh wait. Fink. Sonst. Ja. Sonst. Oh. Verdammt! Verdammt! Wir haben die Schilde verloren! No shit! Das müsste sie ausbrechen! Oh! 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 ... ... ... ... Oh Oh! Oh! Ah! 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 Hm. Hm. Hm hm hm. Hm hm hm. Ich hab koin auch noch. Pfff. Hm. Hm. Hm hm hm. Überlastung, ja. Ich habe das bestimmt und wir können auch wieder aufpassen. Wir fallen auf. Ah Frage und fangen mit dir. Es ist Pumps. Das müssen wir wohl auf einem späteren Zeitpunkt verschieben. Aber selbst wenn ich... Ja, 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 ja. Selbst wenn ich... ...miss Munitionen dafür ab... Müssen wir mal zum späteren Zeitpunkt gucken. Also wie gesagt, machen wir Feierabend. Und ja, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bye. Bye. Bye.